Armer Bill Kaulitz. Er musste bei Heidis Halloween-Party auf seinen Freund Mark Eggers verzichten. Jetzt verrät der Tokio-Hotel-Star die Gründe. Bill Kaulitz, 35, hat endlich seinen Traummann gefunden. Nach dem ewigen Hin und Her sind er und Mark Eggers, 37, ein Paar geworden. Das bestätigte Bill gerade im Podcast Baby-God-Business. Ich glaube, du musst jemanden finden, wo du dich irgendwie aufgehoben fühlst und sicher, schwärmte der Tokio-Hotel-Frontmann über seinen Schatz. Klar, jetzt hat man gerade die rosarote Brille auf, aber ich glaube, wirklich der Key für mich ist, dass ich so richtig herzhaft, ehrlich lachen kann, sodass der Bauch weh tut. Doch jetzt musste die junge Liebe eine Trennung verkraften. Bill Kaulitz wurde an Heidis Halloween-Party versetzt. Zur Überraschung aller tauchte Bill alleine auf Heidi Klums, 51, legendärer Halloween-Party in New York auf. Statt mit seiner besseren Hälfte posierte er mit Stiefnichte Leni Klum, 20, auf dem Red Carpet. Dabei hatte Bill extra ein Paar-Kostüm geplant, doch Mark war verhindert. Das ist natürlich so, dass Mark gedreht hat und er selber nicht weg konnte, weil er den Atlantik mit Knossi überquert, erklärt Bill in seinem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood. In dem neuen Format Mission Annon, Atlantik segelt Entertainer Knossi, 38, mit 10 Promikandidaten über den Atlantik auf zwei 13 Meter Segelbooten. Neben Mark wagen auch Sophia Chiara, 24, Joey Kelly, 51, und Sophia Thiel, 29, das Abenteuer. Aktuell finden die Dreharbeiten statt, die Folgen werden dann auf dem YouTube-Kanal Mission Annon veröffentlicht. Einer wird garantiert alles verfolgen, Marks Freund Bill.